Prinzessin Kate hat offenbar bei Herzogin Meghan angerufen, um die Wogen zu glätten. Das berichtete InTouch Weekly unter Berufung auf einen Insider. Grund sei das Buch Endgame von Omid Scobie gewesen, das einen Rassismus-Skandal um die britischen Royals auslöste. Allerdings nannte er nur in der niederländischen Version des Buches explizit deren Namen. Darin wurden unter anderem rassistische Anschuldigungen gegen die Royals erhoben, die sich auf die Hautfarbe von Meghans und Harrys Sohn Archie beziehen. Nach der Veröffentlichung und Bekanntwerden der Anschuldigungen habe Kate auf Druck von König Charles angerufen, so der Insider. Für den König sei diese Fede zwischen Prinz Harry und dem britischen Königshaus außer Kontrolle geraten. Er wünsche sich, dass dieser Streit und die Vorwürfe ein Ende finden. Der Versuch, Frieden zwischen den royalen Parteien zu stiften, blieb bisher erfolglos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017